Gleichstand bei Direktkandidaten der CDU und Linke Flugausfälle und Verspätungen bei Lufthansa Neue Polizeiwache am Cottbusser Tor eröffnet Damit hallo und herzlich willkommen zu den TV Berlin Nachrichten am Mittwoch, dem 15. Februar Nach der Auszählung von ersten liegen gebliebenen Wahlbriefen im Berliner Bezirk Lichtenberg gibt es in einem Fall ein Pad zwischen zwei Direktkandidaten. Im Wahlkreis 3 liegen der Kandidat der CDU, Dennis Haustein, und die Kandidatin der Linken, Claudia Engelmann, gleichauf. Die beiden lagen nur zehn Stimmen auseinander. Das Wahlgesetz sieht in diesem Falle vor, dass der zuständige Bezirkswahlleiter losen muss, wer das Direktmandat bekommt. Im Ampelstreit um schnellere Planungsverfahren im Verkehr hat Bundesbildungsministerin Bettina Stark-Watzinger eine zeitnahe Einigung gefordert. Die Koalition müsse die Planungsbeschleunigung sehr schnell auf den Weg bringen, sagte sie der Rheinischen Post. Und zwar so wie von Verkehrsminister Wissing geplant, den Bau von Straßen und Schienen gleichermaßen, so Stark-Watzinger weiter. Bei der Lufthansa ist es zu einem gravierenden Ausfall der IT-Systeme gekommen. In der Folge ist eine noch unbekannte Zahl von Flügen verspätet oder ausgefallen. Betroffen sind die Systeme für das Einchecken ebenso wie für das Einsteigen. Am Frankfurter Flughafen stauten sich Flugzeuge wie auch Passagiere. Flugpassagiere müssen am Freitag in Deutschland mit Ausfällen und Verspätungen rechnen. Die Gewerkschaft Verdi will die Flughafen in München, Frankfurt, Hamburg, Stuttgart, Dortmund, Hannover und Bremen ganztägig lahmlegen. Damit weitet sie den Tarifstreit im öffentlichen Dienst auf Flughäfen aus. Die neue Polizeiwache am Cottbusser Tor in Berlin-Kreuzberg ist am Mittwoch eröffnet worden. Die Polizeiwache befindet sich im ersten Stock eines Hochhauses in der Adalbertstraße. Die Kosten für den Umbau der Räume betrugen laut Senat rund 3,24 Millionen Euro. Demonstranten der letzten Generation haben in Berlin am Mittwoch stundenlang die Mühlendammbrücke blockiert. Laut eigener Auskunft setzten sie dazu Beton ein. Die Verkehrsinformationszentrale twitterte am Morgen die Brücke in Mitte sei für den Verkehr gesperrt. Trotz der schwachen Konjunktur zeichnet sich auch zu Jahresbeginn keine Pleitewelle in Deutschland ab. Die Zahl der beantragten Regelinsolvenzen sank im Januar um 3,2 Prozent gegenüber dem Vormonat, wie das Statistische Bundesamt mitteilte. Im Dezember 2022 war die Zahl der Insolvenzen hingegen noch um 3,1 Prozent gegenüber dem Vormonat gestiegen. Der Preisauftrieb im deutschen Großhandel hat sich auf hohem Niveau weiter abgeschwächt. Im Januar hätten sich die Großhandelspreise gegenüber dem Vorjahresmonat um 10,6 Prozent erhöht, so das Statistische Bundesamt. Die Gewerkschaft Werdi lässt abkommendem Montag darüber abstimmen, ob sie bei der Post einen unbefristeten Streik ausrufen soll. Bis zum 8. März können die bei der Post Beschäftigten Werdi-Mitglieder darüber entscheiden, teilte die Gewerkschaft mit. Fast jede dritte Geburt in einem Krankenhaus ist im Jahr 2021 per Kaiserschnitt erfolgt. Der Anteil stieg im Vorjahresvergleich leicht um 1,2 Prozentpunkte auf von 30,9 Prozent, so das Statistische Bundesamt. Die Abgeordneten im Bundestag sollten sich laut der Knigge-Gesellschaft wieder besser kleiden. Die Bürger wollen von gut angezogenen Abgeordneten repräsentiert werden, sagte der Vorstandschef Clemens Graf von Hoyos der Rheinischen Post. Es sei an unterschiedlichsten Stellen das Gespür für Qualität und Wertigkeit verloren gegangen. Die Parlamentarier müssten wieder mehr auf ihre Kleidung achten, so Graf von Hoyos weiter. Und nun zum Wetter. In der Nacht zum Donnerstag gibt es lockere Bewölkungen bei Werten von 2 Grad Celsius. Am Donnerstag bleibt der Himmel bewölkt und am Nachmittag wird es regnen bei Höchsttemperaturen bis zu 9 Grad Celsius. Am Abend bleibt der Himmel bedeckt und die Temperaturen liegen bei 5 Grad. Das waren die TV Berlin Nachrichten für heute. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Wir wünschen Ihnen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal.